Ich, Ismael, war einer aus jener Mannschaft. Meine Schreie waren in denen der übrigen aufgegangen, mein Schwur war mit dem ihren verschweißt worden. Und mächtiger schrie ich, und stärker hämmerte und vernietete ich meinen Schwur des Grauens in meiner Seele wegen. Ein wildes, mystisches, sympathetisches Gefühl war in mir. Ahabs unverlöschliche Fede schien die meine. Mit gierigen Ohren nahm ich die Geschichte jenes mörderischen Monstrums auf, gegen das ich und all die anderen unsere Schwüre der Gewalt und der Rache getan. Schon seit geraumer Zeit, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen, hatte der einzelgängerische einsame Wal jene barbarischen Meere heimgesucht, die am meisten von den Pottwallfängern aufgesucht werden. Aber sie wussten nicht alle um seine Existenz. Nur wenige, vergleichsweise, hatten ihn bewusst gesehen, wohingegen die Zahl derer, die ihm tatsächlich und bewusst schon einen Kampf geliefert, wirklich klein war. Denn wegen der großen Zahl der Wahlkreuzer, der ungeordneten Weise, in der sie über die ganze Wasserweite versprengt, viele von ihnen ihre Streifzüge in entlegene Breiten abenteuerlich vorantreibend, so dass sie selten oder nie im ganzen ununterbrochenen Zwölfmonatslauf oder länger noch einem einzigen Neuigkeit bringenden Segler gleich welcher Art begegneten. Der unabsehbaren Länge jeder einzelnen Reise, der Unregelmäßigkeit der Zeiten, da man von der Heimat segelte, all diese zusammen mit anderen Umständen, unmittelbaren und mittelbaren, behinderten lange die Verbreitung der in sonderlich charakteristischer Weise Moby Dick betreffenden Nachrichten über die ganze weltweite Walfangflotte. Es war schwerlich anzuzweifeln, dass etliche Schiffe zu diesem oder jenem Zeitpunkt oder auf diesem oder jenem Meridian von der Begegnung mit einem Pottwal von ungewöhnlicher Größe und Arglist berichtet hatten, welch selber Wal, nachdem er seinen Angreifern großen Schaden bereitet, ihnen gänzlich entkommen war. Manchen Geistern schien es gar keine unbillige Annahme, muss ich sagen, dass der fragliche Wal kein anderer als Moby Dick gewesen sein müsse. Jedoch war in jüngerer Zeit der Pottwal-Funk durch verschiedene und nicht seltene Fälle großer Wildheit, Tücke und Arglist seitens des angegriffenen Ungeheuers gekennzeichnet. Daher kam es, dass diejenigen, die zufällig, ohne es zu wissen, Moby Dick einen Kampf lieferten, dass solche Jäger vielleicht sich zum überwiegenden Teil damit beschieden, das Eigentümliche von ihm verursachte Entsetzen mehr, wie die Dinge standen, den Gefahren des Pottwalfangs im Allgemeinen zuzuschreiben, als der besonderen Ursache. Auf diese Weise war bis dato zumeist auch das unglückselige Zusammentreffen zwischen Ahab und dem Wal allgemein betrachtet worden. Und was jene betrifft, die zuvor bereits über den Weißen Wal in Kenntnis gesetzt, seiner zufällig angesichtig wurden, zu Beginn der ganzen Sache hatten sie ein jeder, fast jedenfalls, seinethalben ebenso kühn und unerschrocken weggefiert wie bei jedem anderen Wal dieser Art. Doch auf die Dauer ergaben sich solche Missgeschicke bei diesen Jagdaktionen, nicht beschränkt auf verstauchte Knöchel und Handgelenke, gebrochene Glieder oder malmende Amputationen, sondern verhängnisvoll bis zur letzten Stufe des Verhängnisses. Diese wiederholten unglückseligen Gegenschläge, die alle sich summierten und ihre Schrecknisse auf Moby Dick häuften, diese Sachen alle waren weiter rumgegangen, um die Standfestigkeit vieler tapferer Jäger zu erschüttern, zu denen die Geschichte vom Weißen Wal schließlich gedrungen war. Auch unterließen es wilde Gerüchte aller Arten keineswegs weiter zu übertreiben und die wahren Geschichten dieser tödlichen Begegnungen noch mehr zu umgruseln, denn nicht nur erwachsen ganz natürlich fabulöse Gerüchte gerade aus dem Leib aller überraschenden schrecklichen Ereignisse, wie der hingeschlagene Baum seiner Schwammkultur Leben verleiht, sondern im maritimen Leben noch weit mehr als in dem der Terra Firma wuchern wilde Gerüchte, wo immer irgendeine geeignete Wahrheit ihnen Gelegenheit gibt, sich daran festzuhaken. Und da das Meer in dieser Angelegenheit das Land weit übertrifft, so übertrifft der Walfang jeden anderen maritimen Lebensbereich an Unglaublichkeit und Fruchtbarkeit der Gerüchte, die dort bisweilen im Umlauf sind. Denn nicht nur sind die Walfänger in ihrer Gesamtheit unausgenommen von jener Unwissenheit und Abergläubigkeit, die allen Seeleuten erblich ist, sondern von allen Seeleuten werden sie bei weitem am direktesten in Kontakt mit allem gebracht, was am Meer so erschreckend ungewöhnlich ist. Auge in Auge werfen sie nicht nur einen Blick auf seine größten Wunder, sondern liefern ihnen Hand am Rachen den Kampf. Allein in solch entlegensten Gewässern, dass selbst, wenn man tausend Meilen segelte und tausend Strände passierte, man doch unter jenem Teil der Sonne nicht an einen einzigen heimeligen Herd käme oder irgendetwas Gastliches, unter solchen Breiten- und Längengraden und auch einem solchen Geschäft verschrieben, wie er es ist, wird der Walfänger von Einflüsterungen umgarnt, welche sämtlich dazu geneigt sind, seine Einbildungskraft mit manch mächtiger Leibesfrucht zu schwängern. Kein Wunder also, dass unablässig an Umfang gewinnend, allein durch das Weiterreichen über ausgedehnteste Wasserräume, die hinaus posaunten Gerüchte vom weißen Wal schließlich alle Arten krankhafter Anspielungen und halb ausgebildete fetale Mutmaßungen über übernatürliche Kräfte in sich einbeschlossen, die Moby Dick am Ende mit neuen Schrecknissen entliehen von keinem für das Auge existenten Ding versahen, sodass er in zahlreichen Fällen schließlich eine solche Panik verursachte, dass wenige, welche zumindest durch diese Gerüchte vom weißen Wal gehört, wenige dieser Jäger willens waren, den Gefahren seines Rachens entgegenzutreten. Doch da waren noch andere und vitalere praktische Einflüsse am Werk. Nicht einmal heutzutage ist der ursprüngliche Ruf des Pottwals, er zeichne sich aufs Fürchterliche vor allen anderen Spielarten des Leviathans aus, in den Köpfen der Walfänger im Allgemeinen ganz ausgestorben. Unter ihnen gibt es heute noch solche, welche, ob schon gescheit und beherzt genug, um dem Grönland oder Glattwal den Kampf anzutragen, vielleicht entweder aus beruflicher Unerfahrenheit oder Unfähigkeit oder Ängstlichkeit ein Kräftemessen mit dem Pottwal ausschlagen. Wie auch immer, es gibt eine Menge Walfänger in Sonderheit in jenen unter anderem als der amerikanischen Flacke segelnden Walfang-Nationen, welche nie dem Pottwal feindselig begegnet sind, sondern deren alleinige Kenntnis des Leviathans sich auf das unwürdige Monstrum beschränkt, so im Norden plump gejagt wird. Auf ihren Luken sitzend werden sie den wilden, fremdartigen Geschichten vom südlichen Walfang mit kindisch-stubenhockerischer Gespanntheit und Ehrfurcht lauschen. Ebenso wenig wird die hervorbrechende Ungeheuerlichkeit des großen Pottwalts irgendwo mit größerer Einfühlung begriffen als an Bord eines Buges, welcher auf ihn zuhält. Und als hätte die nun erprobte Realität seiner Urgewalt schon in früheren sagenhaften Zeiten ihren Schatten vorausgeworfen, so stellen wir fest, dass einige Buchzoologen, Olafsson und Povilson, dem Pottwal zuschreiben, nicht nur eine Schreckgestalt für jede andere Meereskreatur zu sein, sondern auch so unglaublich grausig, dass es ihn unablässig nach menschlichem Blute dürste. Nicht einmal bis herab in eine so nahe Epoche wie diejenige Cuviers würden solche oder beinahe gleichwürdige Auffassungen ausgerottet. In seiner Naturgeschichte nämlich bestätigt der Baron höchstpersönlich, dass bei ansichtig werdendes Pottwalts alle Fische, Haie eingeschlossen, mit den lebhaftesten Schrecken geschlagen sind und sich oftmals im Ungestüm ihrer Flucht mit solcher Gewalt gegen die Felsen stürzen, dass ihr sofortiger Tod bewirkt wird. Und trotzdem die allgemeine Erfahrung hinter Fischerei, solche Berichte wie diese wohl Lügen zu strafen vermag, ungeachtet dessen wird die abergläubische Überzeugtheit von ihrer ganzen Furchtbarkeit sogar bis hin zu dem blutdurstigen Punkt bei Povilson, während mancher Wechselfälle ihres Gewerbes in den Köpfen der Jäger wiederbelebt. So, dass eingeschüchtert von den ihn betreffenden Gerüchten und Vorzeichen nicht wenige Fischer sich in Zusammenhang mit Moby Dick der frühen Tage des Pottwalfangs entsannen, als es oftmals schwer fiel, erfahrene Glattwalfänger dazu zu bewegen, sich in die Abenteuer dieses neuen und wagnisreichen Kriegshandwerks einzuschiffen, wobei solche Männer protestierten, dass obschon andere Leviathaner erfolgsversprechend gejagt werden mochten, doch die Verfolgung und Besperrung einer solchen Erscheinung wie des Pottwals dem sterblichen Mannen nicht gegeben sei, dass es zu versuchen, unweigerlich hieße, augenblicklich in die Ewigkeit befördert zu werden. Zu diesem Streitpunkt liegen einige bemerkenswerte Dokumente vor, die konsultiert werden könnten. Nichtsdestotrotz gab es da manche, welche sogar unter Ansehen dieser Dinge bereit waren, Moby Dick eine Jagd zu liefern und eine sogar größere Zahl derer, welche nur zufällig fernen und wagen Nachrichten über ihn ausgesetzt, ohne die genauen Einzelheiten irgendeines bestimmten Unglücksfalls und ohne abergläubische Zutaten hinglänglich verwegen waren, nicht vor dem Kampfe zu fliehen, wo er sich bot. Eine der bereits angedeuteten Einflüsterungen, wie sie zu guter Letzt in den Köpfen der abergläubisch Veranlagten in Verbindung mit dem Weißen Wal auftraten, war die übernatürliche Einbildung, dass Moby Dick allgegenwärtig sei, dass er tatsächlich zu einem und demselben Zeitpunkt in gegensätzlichen Breiten angetroffen worden sei. Ebenso wenig war, so leichtgläubig solche Geister auch gewesen sein müssen, diese Einbildung gänzlich frei von einem schwachen Anschein abergläubischer Wahrscheinlichkeit. Denn wie die Geheimnisse der Strömungen in den Meeren sich noch niemals enthüllt haben, noch nicht einmal den gelehrsamsten Forschungen, So bleiben die verborgenen Wege des unter der Oberfläche befindlichen Potwalts seinen Verfolgern großenteils unerklärlich und haben von Zeit zu Zeit die wunderlichsten und widersprüchlichsten Spekulationen darüber hervorgebracht, in Sonderheit die mysteriösen Methoden betreffend, mit welchen er nach dem Abtauchen in größte Tiefen sich in solch unermesslicher Schnelligkeit an die allerweitest entfernten Stellen befördert. Es ist eine sowohl amerikanischen als auch englischen Walfangschiffen gleichermaßen bekannte Tatsache und auch eine vor Jahren von Scorsby maßgeblich zu Protokoll gebrachte Tatsache, dass weit im Norden des Pazifik einige Wale erbeutet wurden, in deren Körpern die Widerhaken von in den grönländischen Gewässern abgefeuerten Harpunen gefunden wurden. Ebenso wenig kann bestritten werden, dass in manchen dieser Fälle erklärt worden ist, dass der zeitliche Abstand zwischen den beiden Angriffen nicht sehr viele Tage überschritten haben kann. Folglich, schlussfolgernd, ist von einigen Walfängern angenommen worden, dass die Nordwestpassage, welche dem Menschen so lange ein Problem, dem Wal nie ein Problem gewesen sei, sodass hier in der realen Lebenserfahrung lebender Männer die Wunder, die man sich in alten Zeiten vom binnenländischen Berg Strela in Portugal erzählte, unweit von dessen Gipfel ein See gewesen sein soll, in welchem die Wracks von Schiffen zur Oberfläche empor trieben, und jene sogar noch wundersamere Geschichte vom Quell Arethusa bei Syrakus, dessen Wasser, wie man glaubte, über eine unterirdische Verbindung aus dem Heiligen Lande kamen, diese fabulösen Erzählungen von der Wirklichkeit des Walfängers fast völlig eingeholt wurden. In eine Vertrautheit also, mit solchen Wundern wie diesen gezwungen, und in Kenntnis dessen, dass der weiße Wal nach wiederholten, unerschrockenen Angriffen lebend entkommen war, da kann es nicht viel Wunder nehmen, dass manche Walfänger in ihrem Aberglauben sogar noch weitergingen, nämlich Moby Dick nicht nur für allgegenwärtig, sondern für unsterblich zu erklären. Denn Unsterblichkeit ist nichts anderes als allgegenwart in der Zeit. Dass selbst, wenn Wälder von Speeren seinen Flanken eingepflanzt werden mochten, er dennoch unversehrt davon schwimmen werde. Oder wenn er tatsächlich jemals so weit bedrängt werden könne, dass er dickes Blut blase, solch ein Anblick nichts als ein grässliches Trugbild sein werde. Denn wiederum werde in von keinem Blut geröteten Wogen hunderte von Meilen entfernt, sein unbefleckter Blas von Neuem auszumachen sein. Doch selbst dieser übernatürlichen Mutmaßungen entkleidet, gab es dem irdischen Körperbau und dem unstrittigen Charakter des Ungeheuers genug, um die Einbildungskraft mit außergewöhnlicher Macht zu packen. Denn es war nicht so sehr sein ungewöhnliches Körpermaß, das ihn vor anderen Pottwahlen auszeichnete, sondern, wie schon an anderer Stelle geäußert, eine eigentümliche, schneeweiße, runzlige Stirn und ein hoher pyramidischer weißer Buckel. Dies waren seine hervorstechenden Merkmale, die Kennzeichen, mit deren Hilfe er sogar in den grenzenlosen, unkartierten Meeren denen, die ihn kannten, schon von Weitem seine Identität preisgab. Sein übriger Körper war so mit demselben leichentüchernden Farbton gestreift und gefleckt und marmoriert, dass er sich am Ende seine charakteristische Bezeichnung als der Weiße Wal erworben hatte. In der Tat ein Name, der durch seine blendende Erscheinung wortwörtlich gerechtfertigt war, wenn man ihn am hellen Mittag durch ein dunkelblaues Gewässer gleiten sah, ein milchstraßenhaftes Kielwasser aus sahnigem Schaum mit güldenem Glimmer übersät, zurücklassend. Es war auch nicht seine außergewöhnliche Größe noch seine bemerkenswerte Tönung noch nicht einmal sein missgestalteter Unterkiefer, was den Wal so sehr mit natürlichem Schrecken versah, als vielmehr jene beispiellose, scharfsichtige Arglistigkeit, welche er bestimmten Berichten zufolge immer und immer wieder bei seinen Angriffen an den Tag gelegt hatte. Mehr als alles erregten seine tückischen Rückzugsmanöver größere Bestürzung als vielleicht irgendetwas sonst. Denn wenn er vor seinen triumphierenden Verfolgern herschwamm, mit allen ersichtlichen Anzeichen der Verängstigung, hatte man mehrmals erleben müssen, dass er sich unvermittelt umdrehte und indem er sich über sie hermachte, entweder ihre Boote zerschmetterte oder sie konsterniert zu ihrem Schiff zurücktrieb. Schon etliche Unglücksfälle hatten seine Jagd begleitet, aber obwohl ähnliche Missgeschicke, wie wenig sich auf dem Festland auch immer diesbezüglich herumsprach, bei der Fischerei in keinerlei Weise ungewöhnlich waren, so erschien dennoch in den allermeisten Fällen des weißen Wals teuflischer Vorsatz zur Grausamkeit solchermaßen, dass jeder von ihm verursachte Fall von Verstümmelung oder Totschlag keineswegs zur Gänze als Tat eines vernunftlosen Agents angesehen wurde. So urteilt denn selbst, zu welchen Gipfeln Wutentbrannten Zorns wohl die Sinne seiner verzweifelten Jäger getrieben wurden, wenn sie inmitten der Späne zermeimter Boote und der versinkenden Glieder zerfetzter Kameraden aus dem weißen Milchgerinnsel heraus, das der unheilvolle Ingrimm des Wals zurückließ, in das heitere aufreizende Sonnenlicht hineinschwamm, das herunterlächelte wie auf eine Geburt oder eine Hochzeit. Seine drei Boote zerberstend um ihn herum und Riemen und Ruderer gleichermaßen in den Strudel wirbelnd, hatte sich ein bestimmter Kapitän, indem er das Kappenmesser aus seinem zerschmetterten Bug an sich riss, auf den Wal gestürzt, wie ein Duellant in Arkansas auf seinen Widersacher, blind links versuchend, mit einer sechszülligen Klinge an das klafftativ gründende Leben des Wals heranzukommen. Jener Kapitän war Ahab. Und dann geschah's, dass Moby Dick unvermittelt seinen sichelförmigen Unterkiefer unter ihm durchziehend Ahabs Bein abmähte, wie ein Schnitter, ein Grashalm auf dem Feld. Kein Türk in hohem Turban, kein gedungener Venezianer oder Malaya hätte ihn mit offensichtlicherer Argelist überfallen können. Wenig Ursache bestand darum zu bezweifeln, dass Ahab seit jenem beinahe tödlichen Zusammentreffen unablässig eine wilde Rachsucht gegen den Wal genährt hatte, umso mehr er seiner rasenden Krankhaftigkeit verfiel und zuletzt an den Punkt kam, wo er nicht nur all seine körperlichen Beschwerden, sondern all seine geistigen und seelischen Erbitterungen aus ihm herleitete. Der weiße Wal schwamm vor ihm als monomanische Verkörperung all jener heimtückischen Kräfte, welche manch tiefgründige Männer in sich nagenspüren, bis sie dem Weiterleben mit nur noch einem halben Herzen und einer halben Lunge überlassen sind. Jene unfassbare Arglist, welche von Anbeginn existiert hat, deren Vorherrschaft selbst die Christen der Neuzeit eine Hälfte der Welt zubilligten, die die alten Ophiten des Ostens in dem Teufel ihrer Statuen verehrten. Ahab sank nicht nieder und vergötterte sie auf solche Weise, aber, indem er die Vorstellung davon, wie im Fieber waren, auf den abscheulichen weißen Wal übertrug, stemmte er sich, so verstümmelt er war, dagegen. Alles, was am meisten Irre macht und peinigt, alles, was den Bodensatz der Dinge aufrührt, alle Wahrheit, die Arglist einschließt, alles, was die Körpersäfte aufzehrt und die Geisteskräfte verzehrt, all die subtilen Dämonismen des Lebens des Lebens und des Denkens, alles Böse war dem verrückten Ahab aufs Sichtbarste verkörpert und aufs Handgreiflichste angreifbar gemacht, in Gestalt Moby Dicks. Auf des Wahles weißen Buckel türmte er die Summe all der umfassenden Wut und des Hasses, welche seine ganze Rasse seit Adam je gefühlt. Und dann, als wäre seine Brust ein Mörser gewesen, zerbrach er darin die Schale seines heißblütigen Herzens.